Herzlich Willkommen zu meiner neuen Nail Mail Ausgabe. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich das Exklusivdesign Dandelion aus dem Hause Sua Nails verarbeite, welches mir die liebe Anna für dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Es handelt sich um ein zauberhaftes Perlmutt-Design mit Pusteblumen. Nach einem kurzen Intro geht's los. Bevor es ans Kleben geht, werfen wir einen kurzen Blick auf das Design. Der Hersteller wirbt mit einem strahlenden Hellblau besetzt mit zarten Pusteblumen. Für den Shop hat Anna daher das Design abfotografiert, sodass man viel besser erkennen kann, mit welchen Farben man als Käuferin wirklich rechnet. Es ist ein ganz besonders zartes Himmelblau, welches sich durch den besonderen Perlmutt-Glanz von den üblichen Folien unterscheidet. Die Größe der Folien ist im Shop nicht ganz so gut zu erkennen und deshalb werde ich euch die Folien nachher einfach nochmal komplett ausmessen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Rückseite der Verpackung. Gerade für Anfänger ist es hilfreich, wenn nochmal Tipps zum Auftragen nachlesbar sind. Der Hersteller empfiehlt die Versiegelung mit UV-Lack, ich selbst benutze nur normalen Topcoat und es hält trotzdem eine gute Woche. Und es gibt auch einfache Hinweise zum Ablösen der Folien mittels Nagellackentferner. Ich jedoch wähle immer die schonende Wasseröl-Methode, diese verlinke ich auch nochmal oben im Video. Die Folien kommen wie üblich vakuumverpackt zu euch nach Hause. Nach Gebrauch solltet ihr die Reste darin am besten aufbewahren und die Verpackung mit Tesa wieder verschließen. Die Folien werden durch eine durchgängige Schutzfolie bedeckt und befinden sich auf einem durchgehenden Träger. Die einzelnen Längen und Breitenmaße habe ich euch nebenstehend mal notiert. Denkt bitte immer dran, es gibt immer gewisse Fertigungstoleranzen und auch mein kleines Messgerät ist nicht hundertprozentig genau, kleine Abweichungen sind also völlig normal. Zwei Folien habe ich zum Test vorab geklebt und kann euch versprechen, es geht echt easy. Für Anfänger ist es vielleicht etwas schwieriger, auf Anhieb die richtige Größe zu finden. Da empfehle ich euch, durchsichtige Schablonen zu nutzen. Diese zeigen euch nämlich immer ganz genau, welche Folien passen und welche ihr vielleicht noch zurechtschneiden müsst. Wie man sich solche Schablonen maßgenau selbst anfertigt, das verlinke ich euch oben nochmal im Video. Wenn ihr die passende Größe gefunden habt, löst ihr an der Seite, die später sowieso abgefeilt wird, die Folie vom Träger. Bei Schwierigkeiten nehmt ihr am besten eine Pinzette zu Hilfe. Setzt die Folie an der Seite eures Nagels an, lasst dabei ca. einen halben Millimeter zwischen Folie und Nagelhaut bzw. zwischen Folie und Nagelwall Platz, diesen benötigt ihr nämlich später noch, und reibt nun die Folie zunächst von oben nach unten in Bahnen bis zur Mitte eures Nagels an und kürzt anschließend die Folie etwas in der Länge. Ab der Mitte bildet sich dann durch die Nagelwölbung zum Rand hin eine kleine Welle. Dort, wo diese Welle entsteht, geht ihr nun von der anderen Seite, also vom Wall kommend, mit dem Daumen auf die Folie und streicht die Welle sanft in Richtung Nagelrand aus. Abschließend die Folie gut über die Nagelspitze drücken und mit einem weichen Silikonhufstäbchen die Ränder nochmal gut nachfahren, damit keine Luftblasen zurückbleiben. Die überstehenden Folienreste werden mit einer feinen Glas- oder Sandpapierfeile immer von oben nach unten abgefeilt. Haltet die Feile dazu senkrecht mit einer leichten Neigung zu eurem Finger und drückt vorsichtig auf. Ein Hin- und Herfeilen solltet ihr jedoch vermeiden, damit die Folie nicht einreißen. Das Ergebnis ist perfekt falten- und blasenfrei. Für die nächste Größe, das wäre mein Zeigefinger, der die identische Größe hat wie mein Ringfinger, müsste ich alle weiteren Folien schneiden. Deshalb schaue ich zunächst mit der Daumenschablone, ob eine der verbliebenen Größen für den Daumen vielleicht sogar passt, ohne dass ich schneiden muss. Diese hier müsste gut passen, die andere wäre etwas zu schmal, da fehlt minimal was am Rand. Für den Auftrag am Daumen gehe ich noch mal ein wenig näher ran. Gleiches Prozedere. Erst am Rand ansetzen, dabei den halben Millimeter Platz am Rand und auch zum Nagelhäutchen nicht vergessen. Bis zur Mitte in geraden Bahnen festreiben, bis die Falte sichtbar wird. Und dann umgreifen und mit dem Daumen noch mal gut über die Nagelspitze gehen und zum Schluss mit dem Silikonhofstäbchen die Kanten noch mal sauber nachfahren, um alles gut zu fixieren. Mit der Glas- oder feinen Sandpfeile die überstehenden Reste von oben nach unten abfeilen, dabei die Pfeile senkrecht, leicht zum Finger hingeneigt führen. Ja, und so sieht's aus. Und jetzt klebe ich noch die restlichen Folien und dann sehen wir uns gleich wieder. Du hast versehentlich auf das Nagelhäutchen geklebt. Tja, und nun? Ganz ehrlich, bei diesen hochqualitativen Folien ist das überhaupt kein Problem. Nimm dir einfach eine Pinzette, lifte die Folie genau an der Stelle, wo du auf das Nagelhäutchen gekommen bist, etwas nach oben, sodass es ganz leicht in die Höhe steht. Nicht zu sehr ziehen. Die nun hochstehende Folie, die knipst du einfach mit einem Nagelknipser so dicht wie möglich am Nagel ab. Ganz dicht ansetzen, abknipsen, fertig. Letzte Schnipsel entfernst du mit der Pinzette, danach drückst du alles noch mal gut mit dem Silikonhofstäbchen fest und schon ist von dem kleinen Malheur nichts mehr zu sehen. Diese Folien sind also absolut anfängertauglich. So, meine Nägel sind fertig, aber ich habe sie noch nicht versiegelt. Denn wer mag, verziert seine Nägel anschließend so wie ich noch mit passenden Wassertransfer-Tattoos. Achtet drauf, dass der Kontrast nicht zu hart ausfällt, also bei diesen Folien kein Schwarz nehmen oder sowas, sondern auf zarte Farben wie Weiß zurückgreifen. Ich nehme hier die Pusteblumen von Juli Fien und wie man das genau macht, das verlinke ich dir oben im Video. Prima alles geschafft, meine Tattoos sitzen und ich habe zu den Pusteblumen sogar noch einen süßen Schmetterling gefunden. Jetzt werden die Nägel zur besseren Haltbarkeit noch mit einem Topcoat versiegelt. Ich habe mich heute für den Essie-Gel-Setter entschieden. Der ist etwas dickflüssiger, sodass man später von den Tattoos keine erhabenen Konturen mehr sieht. Wer mag, kann aber auch mit Shellac oder UV-Gel versiegeln. Achtet darauf, zügig zu arbeiten, damit es nicht streifig wird. Wer damit Probleme hat, greift vielleicht besser zu dem etwas dünnflüssigeren Essie-Speed-Setter. Denkt immer dran, auch die Spitzen vorne zu versiegeln. Et voila, dieses luftig zarte Design ist ein echter Hingucker zu jedem Anlass und er beschert euch bestimmt eine Menge Komplimente. Apropos Komplimente, wenn ihr auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Look für eure Hochzeit seid, dann schaut euch mal Yes I Do an. Zarte Silberlinien abwechselnd zwischen Nut- und Grautönen, das ist mal was ganz anderes. Oder wie wär's mal mit schwarzem French Black. Kleine Holo-Pünktchen wirken wie winzige Steinchen und ihr könnt sie entweder tatsächlich als durchsichtige French-Tipps direkt nur auf der Nagelspitze oder in Fullcover auf einem zuvor weiß lackiertem Nagel tragen. Schön finde ich, dass im Shop darauf hingewiesen wird, dass diese Folien durchsichtig sind. Denn wenn man nur die Folien auf dem Träger sieht, könnte man tatsächlich meinen, sie sind schwarz-weiß. Jetzt wird's nochmal richtig bunt und vor allem mit Flower Power Glitter haben wir hier was für die Glitzer-Elfen unter euch. Hier ist das Foto. Aber ich zeige euch hier in der Kamera mal das tatsächliche Glitzern zusätzlich mit einer Taschenlampe quasi als Sonnenlichtersatz. Das ist so ein Glitzern, so ein Funkeln und Schimmern in so geilen Sommerfarben. Also wenn es da keine gute Laune gibt, na dann weiß ich auch nicht. Das sind doch total hammergeile Farben, oder? So irre bunt. Zu guter Letzt komme ich nochmal zu einem ganz mystischen Design. Snake Skin Glitter. Das wirkt im Shop echt unscheinbar, gerade weil auch das allererste Foto so dunkel und ganz leicht verschwommen wirkt. Ich kann mir vorstellen, dass das echt schwer zu fotografieren ist und deshalb habe ich es hier nochmal live und in Farbe und vor allen Dingen mit einer extra Portion Licht. Das ist einfach nur der Knaller. Damit fallt ihr garantiert auf jeder Party auf. Das ist echt ein Hingucker. Total genial. Auf der Webseite www.sure-nails.com findet ihr auch jede Menge Informationen zu den Nagelfolien auf der FAQ-Seite und natürlich die Kontaktdaten mit Erreichbarkeiten über die sozialen Netzwerke. Ich genieße jetzt noch ein wenig den tollen Anblick dieser sommerlichen Nägel und ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und auch beim nächsten Nailmail-Video wieder mit dabei seid. Abonniert dafür am besten kostenlos meinen Kanal. Ich bin die erste Angel of the life And I will surrender You into the life There'll be no end of time Untertitelung des ZDF für funk, 2017